Elke Unterweisinstellung kreift um mich zu machen. Studiodata und die Frage, wie es uns helfen kann, bei dem Unterstönen von dem Lehrprozess von Lehrlingen und Studenten. Mein Name ist Pierre Gorsen und in den nächsten Minuten gebe ich eine kurze Einführung in das Thema Daten unterstütztes Lernen, Lernanalytik und die Rolle der künstlichen Intelligenz dabei. Und am Ende meiner Geschichte komme ich zurück zur Frage auf dieser Folie Datengestützte Bildung führen oder geführt werden. Anliegen. Jetons un coup d'œil aux termes «éducation soutenues par les données ». C'est un concept que nous connaissons depuis longtemps. Après tout, nous avions déjà des courbes sur papier, et de nos jours, elles sont réalisées numériquement. C'est aussi un concept qui suscite de la résistance. Considérés positivement, il s'agit simplement d'utiliser des données d'études pour soutenir le processus d'apprentissage des élèves ou des étudiants. La résistance provient souvent des grandes entreprises qui collectent des données sur nous ou de la peur que nous, nos étudiants, soyons réduits à des 1 et des 0, Diese dualität ist rilevante und gut da tenere in mente. Es gibt interi Bücher, die Sostenitori und Oppositori des Uso des Datens. In Learning Analytics geht es um die Daten zu testen. Analysieren und Riferieren die Daten zu den Studenten, mit dem Objekt zu verstehen und zu optimieren, den Prozess des Apprennisses. Målgruppen for Learning Analytics kann deshalb auch beide Lehrer und Studierende zum Begriff ist um 10 Jahre alt, im Moment ein sehr großartes Trä. Aber das bedeutet bestimmt nicht, dass wir allerede wissen, wie es komplexe Trä ist sammenset. Oder wie man die Daten, die Einige und Nuller sind, die Träets Basisformer sind. Före zu verbessern im Lehrungsprozess. Aber wir beginnen mit dem Basis. Die Daten von Studium. Bis diesen Moment. Das ist sehr einfach. Ein Studierende genera Daten von Studium durch ihre Aktivitäten. Der Profesor analysiert sie und hat eine Gespräche mit dem Studium mit dem Studium. Heute werden viele Daten von Studium durch die Daten von Studium oder die Daten von Studium oder die Daten von Studium verabschieden. Und als schnellst du mit solchen Parteien das bedeutet, dass der Legislatur eine Meinung hat und die Fragen zu stellen, was around privacy and data collection. Anyway, a teacher will not analyze all that data themselves, but will often collaborate with a data scientist. Someone who gets very excited about large amounts of data and wants to work and analyze. And that teacher will not be the only one who wants access to the students' data. Mentor, a career, a guidance counselor, and a経営心, It means that data science must be included in the data. And so we have the opportunities you can achieve. And you may be able to learn more about data technology. And that's why we analyze some data 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 materials. And this is a question of a data scientist. It's called Data Scientist. A number of data 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 is not a lot of興奮, but a source of data data data. And it is a little leurs to go, und die macht die sich mit den Archer-Winkom-Kai und Kassier-Winkom-Kaisen Werkzeugzeugen gewinnen.